Natürlich bin ich dafür, dass man arbeiten geht und seinen Lebensunterhalt selber bestreitet. Allerdings gibt es ja Menschen, die eine chronische Erkrankung haben. Zum Beispiel schwere Depressionen, Angststörung oder Long-Covid oder ME-CFS. Und das sind alles solche Krankheiten, die ein Arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt unmöglich machen, häufig. Weil die einfach diese Belastbarkeit nicht haben. Und daher ist der Regelsatz für Bürgergeld sehr niedrig für diese Menschen. Viele Schwerkranke, also vor allem mit Long-Covid oder ME-CFS, sind auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen. Und das wird ja vom Bürgergeld nicht abgedeckt. Und daher kann die Summe total niedrig sein dann. Und ich bin dafür, dass vor allem Leute, die chronisch krank sind, ja, eine bessere Sozialleistung bekommen müssten. Und nicht auf so einem niedrigen Regelsatz hängen bleiben. Ja, und da müsste die Regierung mehr machen. Also, weil schwerkranke Menschen häufig zusätzliche Medikamente sich leisten müssten, auf Ernährung mehr achten müssen und so weiter. Und das wird nicht immer vom Regelsatz abgedeckt. Ich hoffe, ich konnte dir das klar machen, warum manche Leute halt nicht arbeiten können und auf bessere Sozialleistungen angewiesen sind.